Am Montag eröffnete die ADAC-Filiale nach ihrem Umzug von der Wilhelmstraße zu Sternstraße offiziell die Türen. Manfred Wölke, Geschäftsleiter der Filiale, erläuterte den Grund des Umzugs und sprach über die Standardangebote einer modernen ADAC-Filiale. Die Wilhelmstraße, das lag doch schon ziemlich außerhalb, war auch nicht mehr so frequentiert, wie wir es jetzt erhoffen hier in der Stadt. Und außerdem ist es so, dass wir uns auch in der Geschäftsstelle vergrößert haben, sind gute 173 Quadratmeter Verkaufsfläche, die wir jetzt hier haben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, für die Kunden haben wir jetzt auch Parkplätze. Das ist der Standard jeder ADAC-Geschäftsstelle, das Warenangebot, Versicherungsangebot sowie auch Reisen. Reisen als normales Reisebüro. Das heißt also, wir können hier sämtliche Reisen verkaufen, die auch jedes andere Reisebüro anbietet. Eine zweite ADAC-Filiale in Hamm zu eröffnen, kommt für Wölke jedoch nicht in Frage. Es bleibt bei einer Filiale, das wäre einfach zu viel dann.